Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13.04.2024 und unser DAX musste seine Rakete hier in den Wartungsmodus versetzen. Da wirkten ein oder zwei Käbelchen etwas überhitzt und mal gucken, ob er es getauscht bekommen hat. Wir können ja mal durchgehen, was wir gestern besprochen hatten. Wir hatten gestern besprochen, dass er mit dem Schub und der Kraft, die er hat, bestimmt sogar in die 2.30, 2.60 Uhr zu Beginn erstmal reinsticht, gleich am Morgen hat man gesagt. Und dann sollte wichtig werden, wie er sich dort verhält, insbesondere ob es ihm dann auch gelingt, eben später im Tagesverlauf, gleich nach dem frühen Stoß nach oben, haben wir gesagt, nach 9.30, 10 Uhr, ob es ihm gelingt, neue Hochs reinzukriegen. Sollte ihm das gelingen, hat man gesagt, sind dann auch 3.35, 4.20 drin gewesen, sollte ihm das nicht gelingen und er nach unten segeln, wären, ja was haben wir gesagt, 18.80 und 17.89, 17.50 die Rücklaufziele. Genau, ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein und wir haben gesagt, wenn er oben aber schön rauskommen will, dann sollte er sich vielleicht einfach nur auf eine 18.1.20 Fangen stabilisieren, dort wieder auftreten und hochziehen. Das wäre dann ein guter Indikator dafür, dass da noch ein bisschen was kommen kann und wo das rückwirkend betrachtet, hat er sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen und den ganzen Tag da für seinen Rücksetzer, also einem gefühlt hatte man schon fast den Eindruck, da passiert gar nichts, das steht irgendwie auf der Stelle, aber doch kam er so von Stunde zu Stunde immer mal ein paar Punkte tiefer. Im Verhältnis zu der Aufwärtsbewegung vorher steht das natürlich total im Schatten jetzt und darf damit auch aktuell noch als einfach nur ein Rücklauf gewertet werden und dadurch, dass er ja zum einen A, die 18.80 fast gematcht hat hier, schön zurückgezogen hat, aber B primär ja eigentlich probiert hat, die 18.1.20 zu verteidigen, würde ich das eher noch als positiv auslegen, auch wenn er ja zurückgekommen ist. Das ist manchmal für die Leute immer nicht ganz so leicht zu verstehen, warum, wenn der Markt dann doch jetzt endlich fällt, das dann aber positiv ist, weil das einfach um die Bewegungsstruktur geht und dann sind wir wieder bei dem Gleichen wie hier mit dieser Flacke, wo ich auch gesagt habe, dieses Runtergezucke hier, das kommt nochmal, der kommt nochmal nach oben, der läuft nochmal in die 304 und rein, so wäre das jetzt hier eben der gleiche Einsatz halt, zu sagen, okay, das ist vom Verkaufsdruck nicht so prägnant, dass ich jetzt hier Stress kriege, unbedingt in den Short rein zu müssen. Das könnte sogar so weit laufen, dass es egal wäre, wenn er 18.1.90, 18.200 vielleicht zum Dienstagmorgen anläuft, also wieder hochstartet, dann wieder abfällt und dann wieder in den Bereich um 18.80 reingegeben wird, weil er bestimmt aus der Zone, gerne auch sogar noch ein Stückchen tiefer, 18.40, sogar wieder hochdrehen könnte dann, dadurch, dass das so abgefedert hat hier. Ja, und deswegen würde ich primär eigentlich schon ein bisschen die Brille wieder nach oben richten, gelingt es ihm jetzt zum Dienstag hier aufzudrehen, hätte der jetzt durchaus das Zeug, und dann die 260 auch direkt zu durchbeißen, ja, und dann schon mal Richtung 3.36 anzulaufen. Ja, das kann er hinkriegen zum Dienstag, wenn er sich Mühe gibt. Müsste sich bloß schön aufdrehen, bei der Stange bleiben, Rückläufe kurz halten, dafür auf der grünen Seite ein bisschen was abliefern, und dann sind 18.1.90, 18.260 bis 18.3.35 durchaus realistisch am Dienstag. Ja, wie gesagt, sollte er sowas bringen wie 18.1.90 und ich spiele sterbender Spahn, würde ich hier noch ein Tiefen mit einplanen, 18.40 rum, das wäre okay, sollte aber direkt zum Start nach unten hauen, würde mir das nicht ganz so gut gefallen, also so ein frontaler Angriff nochmal nach unten mit Druck und Stress, vielleicht sogar mit Abwärtskipp, das fände ich dann eher kritisch, und würde mich ein bisschen hellhöriger machen lassen, bis durchaus dann auch wieder in die 18.000 rein, 17.9.80, ja. Aber dadurch, dass wir auch hier ein höheres Hoch haben, ja, spricht eher als erstes Mal für einen erneuten Aufwärtsangriff, Angriff auf der Oberseite, könnte man sagen, ja. Tageschart können wir mal noch reingucken, nicht, dass wir noch was passieren, aber nö, das können wir so stehen bleiben, der beeinflusst die Meinung dahingehend nicht. Das obere Band fällt ab in dem Bereich um 4.20, das ist vielleicht doch ganz interessant, da hat man gestern gesagt, das liegt bei 500, jetzt ist es ein bisschen weiter abgefallen, wird auch morgen noch weiter abfallen, wenn er dem jetzt nicht entgegenkommt, aber wäre dann auch bei 4.20, ja, und dann wäre das eigentlich eine schöne Zone, wo man sich auch mal ein bisschen wieder deutlicher querstellen kann. Gut, Freunde, ich würde daher hier an sich einfach die Analyse zumachen, ja, ich denke, die wichtigen Punkte sind besprochen, Erwartungshaltung habe ich auch mitgeteilt, meine V-Rosierte Rote kennt ihr auch, und ja, dann haben wir alles gemacht. Ich mache dazu, tschüss, bis morgen, ciao.